Hi Leute, hier ist die Lotta. Sie sehen hier einen süßen Look. Diesen Look wie den Strampler. Und hier mit ihrer Dittlmaus. Und sie darf dann gleich mit Bibi Blotzberg gucken. Ich wollte schon sagen Bibi und Tina, aber das heißt Bibi und Blotzberg. Bibi Blotzberg und ja. Ja, du darfst es wieder haben. So. Dann bis später. Hallo. Wir gucken jetzt doch Bibi und Tina. Darf sie mitgucken. Das ist das auf YouTube. Das heißt das West-Turnier. Das darf sie heute mitgucken, die Lotta. Das sieht so süße Maus. Und ich gucke das natürlich auch mit. Na, Katja. Das geht hier rum los. Na komm Katja. Das wird dir Spaß machen. Ja, die können sich wieder so hinsetzen. Die können sich wieder so hinsetzen. Die können sich wieder so hinsetzen. Das ist das Schipf, die für mich ist. Das wird so hinsetzen. Ja, das ist gut.